Jo Freunde was geht herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir mal die Wer bin ich Challenge am Start. Das Ganze machen wir mit dem CBT und bevor er euch die Regeln erklären wird, haben wir uns was ganz besonderes für euch überlegt. Um das Ganze für euch spannender zu gestalten, verlose ich hier 300.000 Münzen und ja ganz ganz wichtig ist, dass hier in diesem Video irgendwann ein Wort eingeblendet wird und dieses Wort müsst ihr euch merken und dann beim CBT unters Video posten. Ganz ganz einfach, dort müsst ihr dann einfach das Wort, das hier eingeblendet wird, bei ihm in die Kommentare posten und dann habt ihr eben eine Gewinnchance und die Auslosung, die findet dann innerhalb der nächsten Woche statt und da wird es auf jeden Fall einen glücklichen Gewinner geben und dann würde ich sagen, erklärt uns der CBT jetzt die Regeln. Ja dann tue ich das erstmal und zwar denke ich mal, dass jeder von euch dieses Spiel kennt. Wir werden jetzt beide einen Spieler aussuchen, den dann der andere erraten muss. Beispielsweise nehme ich jetzt hier Ibrahimovic und dann muss der David von FIFA Allstars jetzt hier diesen Spieler erraten. Dies tut er, indem er jetzt mir Ja-Nein-Fragen stellt. Das sieht dann so aus, er wird dann fragen, hat dein Spieler ein Rating über 85? Und dann ist die Antwort von mir natürlich ein Ja. Und immer wenn ich mit Ja antworte, darf er eine weitere Frage stellen. Sobald ein Nein als Antwort kommt, bin ich dran und ich darf seinen Spieler erraten. Das Ziel ist, den Spieler vom anderen zu erraten und der hat dann sozusagen gewonnen. Damit ihr mitraten könnt, werden die Spieler erst später eingeblendet und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Jo und da du heute der Gast bist, würde ich sagen, darfst du auch gleich mal beginnen. Okay, dann stelle ich jetzt mal meine erste Frage. Ist dein Spieler ein Goldspieler? Ja. Ist der Rare? Ja, das ist er. Hat der ein Rating über 80? Ja. Okay, hat der ein Rating unter 87? Ja, hat er. Hat der ein Rating über 83? Nicht mit 83 eingeschlossen, also 84, 85, 86. Nein. Okay, gut. Gut, dann stelle ich mal meine ersten Fragen. Ist ein Spieler Gold? Ja. Gut, spielt dein Spieler in den Top 5? Ja. Okay, ich denke mal, ist dein Spieler Rare? Ja. Okay, hat dein Spieler ein Rating von 80 oder höher? Ja, das hat er. Hat dein Spieler ein Rating unter 85 eingeschlossen, 85? Ja. Okay. Hat dein Spieler ein Rating von über 82 eingeschlossen, 82? Nein. Okay, gut. Nachdem wir jetzt gerade herausgefunden haben, dass ein Spieler Gold ist, selten und ein Rating zwischen 80 und 83 haben muss, frage ich auch mal, ist der in den Top 5 liegen? Ja. Das ist schon mal gut. Ist dein Spieler Europäer? Ja. Okay, spielt der nicht in der Barclays Premier League? Nein. Ah, okay, super. Okay. Gut, ich weiß jetzt also, dass dein Spieler ein Rating zwischen 80 und 81 hat und deswegen frage ich einfach mal, hat dein Spieler kein Rating von 80? Ja. Ja. Spielt dein Spieler in der Bundesliga BBVA oder Barclays Premier League? Ja. Okay, okay, interessant. Spielt dein Spieler nicht in der BBVA? Nein. Okay. Oha. Okay, gut, also BPL-Spieler und ein Rating zwischen 80 und 83. Dann würde ich jetzt einfach mal fragen, spielt dein Spieler auf dem Feld? Ja. Okay, das hilft doch schon mal. Spielt dein Spieler im Sturm? Nein. Nein. Ist dein Spieler ein Feldspieler? Ja. Okay. Spielt dein Spieler in der Verteidigung oder im Mittelfeld? Ja. Okay. Spielt dein Spieler nicht im Mittelfeld? Ja. Das heißt, dein Spieler spielt also in der Verteidigung, nur um nochmal sicher zu gehen, spielt dein Spieler in der Verteidigung? Ja. Ist dein Spieler ein Außenverteidiger? Nein. Okay. So, um das ein bisschen besser einzugrenzen. Spielt dein Spieler bei West Ham oder bei Chelsea oder bei Liverpool oder bei Man City oder Man United? Ja, das tut er. Spielt ihr nicht bei Manchester City oder United? Ja. Spielt ihr nicht bei West Ham United? Ja. Spielt ihr nicht bei Chelsea? Nein. Ah, okay. Okay. Gut. Also, ich weiß jetzt, dass dein Spieler ein Innenverteidiger ist aus der BBVA und ein 81er Rating hat. Und deswegen, ich hätte jetzt schon mal einen Tipp, aber ich bin mir nicht sicher, ob du, sag ich mal, ob du in diese Richtung gehen würdest. Ich frage einfach mal. Ist dein Spieler Raphael Varane? Nein. Nein. Als ob. Ja, doch, ist er. Ist er wirklich? Ja, ich war einfach nur geflasht. Das ist einfach schon. Ich dachte einfach so, ich glaube, Laporte oder so gibt es auch noch. Und sonst kannte ich einfach keine mit deinem 81er Rating. Ja, gibt es halt echt nicht. Meistens haben wir halt genau 80 oder so. Also, der P für zum Beispiel 83. Ja. Okay, nice. Okay, willst du noch weiter raten? Ich würde jetzt einfach mal, ja, lass mich auch einmal die letzte Runde machen. Ich denke mal, ich packe das jetzt. Jetzt kommt aber die 50-50 Chance. Spielt dein Spieler im Mittelfeld? Nein. Ah, okay. Ja, dann. Okay, soll ich sagen? Ja, ja. Okay, dein Spieler war John Terry. Ah, okay. Eigentlich gar nicht mal so schwer, aber ich war dann irgendwie doch ziemlich schnell. Ja, auf jeden Fall, ja. So, Freunde, das war es jetzt auch schon mit der Wer-Bin-Ich-Challenge. Vielleicht habt ihr den Spieler, beziehungsweise die Spieler ja vorhin schon erraten. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig gut von euch, denn das war richtig schwer. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr da schneller wart. Und wie gesagt, nicht vergessen, unter dem Video vom CBT das Wort reinzuposten, das ich hier in diesem Video eingeblendet habe. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich bemerkt haben. Also einfach unter das Video vom CBT das Wort reinschreiben in die Kommentare. Und dann könnt ihr bei mir 300.000 Münzen gewinnen. Und wie gesagt, ausgelost wird dann innerhalb der nächsten Woche. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Ich verabschiede mich und sage wie immer, ciao Leute. Viel Verholtes und überlasse dem CBT das Schlusswort. Jo David, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier mitmachen konnte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.